Postkarte, 14. September 1923, Berlin, Motzstraße 78, Hotel Koschel. Gern, erwarte genaue Nachricht, Dank. Grüße an Ihre liebe, verehrte Frau Gemahlin. Ich bin halb verhungert, Ehrenwort, an der See nun besser, viel besser. Genug, Ihr Prinz Jusuf. Judenlogen, Bnei-Brittlogen, sehr gut, Dank. Viele liebe Grüße, Juden, Bnei-Brittlogen. Postkarte, 30. September 1923, Berlin, Motzstraße 78, Hotel Koschel. Sehr lieber Herr Doktor, meine Karte, meine Antwort erhielten Sie doch? Gern spreche ich in Holland, bin sehr gespannt auf Amsterdam und Haag, wo das Meer in die Häuser rennt, sende Ihnen über mein letztes Buch, bald große Kritik, Berliner Tageblatt und Bildernachdruck im Weltspiegel. Fürstin Wied will machen, dass ich bei Königin Emma lese, Ihr Jusuf. Liebe Grüße auch an Frau Doktor. Postkarte, 15. Oktober 1923, Berlin, Motzstraße 78, Hotel Koschel. Lieber verehrter Herr Doktor, sind Ihre Nachrichten etwa verloren gegangen? Wie wird es, wenn nicht eben solchen Dank? Kassierer, der entsetzliche Hai, ist in Holland, hat er dagegen was gemacht, der entsetzliche Mensch, der mich so schädigt? Ganz im Stich lässt er mich schon Jahre und hat zwölf Bücher. Ich habe Anwalt, Ihr Prinz Jusuf, ist etwa Ihre liebe Frau krank? Herzliche Grüße.